Moin moin und willkommen zurück zu Glitwurst 2. So, da sind wir eigentlich auch schon hier. Ins Dunge betreten. Der Concordia Zwischenfall. Müll. Ich habe gesagt, wir müssen los jetzt, wo wir alle da sind. Wie es aussieht, könnten die Hilfe brauchen. Ich übernehme die Führung. Oh nein, vergesst es nicht mit dem Bein. Ihr seid noch nicht gesund. Bleibt hinter Frostbeißer. Sein Schwanz hier ist tödlich. Alle gegen ein ist gemein. Mir geht's gut. Na los, bringen wir es hinter uns. Rinde schon vorne am Befreien. So. So. Das vorher hat er auch ganz schön mitgelitten. Er ist Skelette oder halbtote und jetzt hier klampfen. Ja. Wirbeln wie Sand. So. 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 Das macht hier richtig, aber... So. Ach dann. Es gab keine Warnung? Na ja, als die Abtei-Karawane ankam, da sprossen ein paar Ranken, aber die haben wir nicht beachtet. Bis sie größer wurden. Abtei-Karawane? Hatten Sie die Ranken dabei? Oder Samen? Hm, gesagt haben sie nichts. Aber ein paar sehr alte Artefakte hatten sie bei sich. Ich würde gern mit dem Gelehrten der Karawane sprechen. Sie sind mit Lindsay nach Norden, um den Rest der Truppe zu finden. Es wurden ein paar von denen hier getrennt. Wie lautet euer Plan? Ich glaube, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Wir müssen langsam aufbrechen. Wie wollt ihr vorgehen? Rox und ich werden nach Linze suchen und Behem begleitet euch zum Labor der Goldlichtsenke. Oder Behem und ich werden nach Linze suchen. Und dann werden wir uns mit euch am Labor Goldlichtsenke wieder treffen. Begleitet euch. Also, ich würde sagen, Rox und ich werden nach Linze suchen und Behem begleitet den. Dann hat der Eskorte. Also dann, Abmarsch! Öffnet das Nordtor! Ich bin im Handumdrehen wieder da. Seht zu, dass euch nichts passiert. Natürlich! Was ich nicht tun würde. Alles angetreten! Nehmt die Karawane in die Mitte! Wir werden den Hauptweg freimachen! Geht! Findet so viele Überlebende des Angriffs wie ihr könnt! Ich bin euer Schatten! Geht! Ich habe einen Katzenschatten. Na dann! Na, Franke! Die können echt Auer machen, diese drecksverfluchten Misstranken. Nochmal. Kommen sogar zwei Viecher raus. Man sollte vielleicht auch aus dem Feld raus. So. Wir folgen rinnen in die Höhle. Genau. Boah, ich werde eben voller Leben, ey! Heftig! Tja. Die machen richtig Hawaii. Was sollten wir jetzt tun? Aha. Eine magische Medaillon. Im Imeren soll stets das Abbild des aktuellen Thronämpfangrütter zeigen. Es ist wirklich schön. Das hört sich mächtig an. Sehr mächtig und auch begehrt. Wir bringen es in unregelmäßigen Abständen von vor zu vor. Ich sollte vermutlich gar nicht darüber sprechen. Aber ihr seid ihr. Meine Lippen sind versiegelt. I. Gelehrte. Was? I. Gelehrte? Skelette. Skelette. Skelette, ja. Tote ohne Fleisch. Weißt du? Ach, ja. Ja, Skeletons. So. Ach, rennt doch nicht so weit vor, ihr Deppen. Aber man kann ja nicht aufsitzen, ey. Ja, ich probiere es auch die ganze Zeit. Taste will einfach nicht. Ach, danke. Ehrenamtliche Laborhelfer. Wollt ihr schon immer mal sein. Ja. So, haben wir gesichert. Hallo? Okay, jetzt bewegen sie sich. Wir haben so viele hergebracht, wie wir konnten. Obwohl ich nicht weiß, ob es hier sicher ist. Überall in den Hügeln waren Verwunderte. Die Lage ist wirklich übel. Wir sollten wohl nach Fort Salma auf den Weg. Die Pflanze hat die Wegmark hochgerissen. Habt ihr die Lage hier im Griff? Aber ja, danke für eure Hilfe. Sichere Reise. Hast du sich gegriffen? Ja. Denkt ihr, Taktiker Art kommt ohne uns klar? Dieser Angriff hat alle hier hart getroffen. Ihr zwei solltet hier bleiben und nach Überlebenden suchen. Ich breche nach Fort Salma auf. Gut, dann haben wir das im Griff. Wie wäre es, wenn wir uns später in Trockenkorb betreffen? BMW macht sich schon Sorgen um Taimi. Wir vergessen oft, dass sie noch ein Kind ist. Ein Kind, das mit Concordia recht hatte und uns vor der Situation in Fort Salma gewarnt hat. Sehr schön. Und das war's? Noch mehr Staub und Geoden. Fein, fein. Jetzt fehlt mir nur noch Schatzjäger Hochland und Einsatz, Einsatz vor Ort, Trockenkuppe 1. Wo guckst du denn dafür? Erfolge? Erfolge. Erfolge. Rückkehr zur Pforte von Maguma. Achso, Rückkehr zur Trockenkuppe 1. Genau, da fehlt aber noch viel bei mir. Aber ich habe auch noch nicht Ernteerbringer, Schatzjäger. Da fehlt auch dieser ganzen anderen Kram. Da fehlt noch viel. Wegmarke vor Zalma. Machen wir das doch. Ja, Instance verlassen. Achso, wo seid ihr jetzt hin? Rinn hat eine Wegmarke gepostet vor Zalma. Wo hat er die denn hingepostet? Gruppenchat. Achso. Ich poste auch noch mal. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nein, weil bei mir in dem Chat wird doch angezeigt, wenn ich für Zeug an das bekomme und dann war halt die nicht mehr zu sehen. Ganz viele toxische Sprösslinge. Die kommen noch von den, von Scarlet mit den Piraten. Ja. Das, das ist recht wertvoll. Aber nur das eine Zeug. Oh ja, das Makellose. Ja genau das da. Das andere ist, äh, Müll. Okay, jetzt sind alle hier, ne? Ja, ja. Dann können wir die Instanz. Ui. Rinn hat irgendwas gepostet. Ja, sehr viel. Samenlaylinien. Alles für Moldway. Okay, das wird wahrscheinlich ein legendärer... Ach, Quaggan. Quaggan. Quaggan in Rüstung sehen. Oh ja. Überall. Quaggan kommen nicht mehr. Moldway haben wir da schon. Also ich hab ihn auf jeden Fall schon. Das ist mal auch. Also nur aufgestiegen. Das ist... Das ist... Das da. Ich hab sogar mir jetzt im Urlaub das geholt. Kinders. Hertha? Ja, da kann man mal was mit Blutsteinen anstellen. Na dann. Genau. Hertha mit 250 sogar. Ich krieg's auch nur ein Päckchen. Ich weiß auch nicht. Muss ich immer wegwerfen. Diese alten Blutsteininger, weil... Wohin mit dem Scheiß? Ja, Hertha kann man mal so im Video machen. Das hat nur 13, 14 Minuten gedauert. Ja, na denn. Das würde mich ja mal interessieren. Wir geben euch von den Mauern Feuerschutz. Schnell. Die halten nicht mehr lang durch. So... Liegt jemand... ...auf die Füße. Nehmen... Rinnen hinweg. Rinnen hinweg. Haha. Ja. Ah. Uh. Fährlich. Belinda und die Seraphne können die Mauern gerade noch halten. Die Angriffe scheinen gar kein Ende zu nehmen. Kümmern wir uns um alle, die als Garten vorbekommen. Hahaha. Aber bitte keine, die von Spahn besorgt wurde. Auf Posten, Leute. Da kommt die nächste Welle. Schwesterherz. Das Ost-Tour wird schwer behakt. Geht ihr und helft es zu sichern? Aber klar. Ich liebe euch mit Nordmauer. Hier ist keiner Wolf. So. Wenn ihr drüben seid, bringt die Belagerungswaffen mit. Ihr werdet ihre Feuerkraft brauchen, um das Tor freizuhalten. Neu. Ich liebe euch eine Versteckung. Zu viel, oder? Ah. Scheiß Ranken, die einen gefangen nehmen. Sieht hier etwas kaputt aus. So. Na schön. Wenn ihr es so haben wollt. Ich gebe euch meine Kraft. Und jetzt nutzt sie. Ich bin wieder in der Nacht. Die sind ganz schön. Das war's. Der Hof ist fürs Erste gesichert. die konnten ja keine ruhe geben klingt nach was großen genau ok rennen läuft dran vorbei und verwundbar steht doch toll aber wahrscheinlich nicht durchs portal wir müssen die dinge abgeschützten kann man jetzt ja jetzt kann man gerade kommen noch eine kann aber gerade auch schaden machen da kommen noch zwei sind aber auch hässlich diese knochen teufel blub jetzt müssen wir wieder rein nicht sterben ich wähle dich laufen wir richtig so halb ja 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 ich weiß sagt uns was ihr braucht schon gut ich musste mich nur fangen tut mir leid sie ist doch nekromantin kriegt sie wieder hin holen bloß nicht die kontrolle verlieren wenn ihr zu lieb seid brech ich zusammen ist gut schon gut es gibt eine menge zu tun genau ich muss sie vorbereiten nach hause bringen ich muss es mama sagen wir tun es alle gemeinsam ich weiß nicht ob das so gut ist Ich glaube, wir müssen reden. Cass, Liebes, ich will, dass ihr mit ihnen geht. Was? Nein, das geht nicht. Mein Platz ist bei euch. Und wenn ihr mich braucht? Ich komme klar. Die Freunde brauchen euch mehr. Passt auf sie auf. Ich bin bei der Familie. Ich komme, sobald ich kann. Nein, Jory, es fühlt sich falsch an. Das Unglück. Eure Schwester. Ich muss bei euch sein. Dafür liebe ich euch. Aber nein, ihr müsst bei ihnen sein. Es geht hier um einen Drachen. Den Mörder von Belinda. Ich will das nicht. Ich höre, was ihr sagt, Liebes. Aber es geht nun mal nicht anders. Wir haben Verpflichtungen. Was meint ihr? Ich gehe. Aber nicht heute. Heute bleibe ich bei euch. Ich gehe morgen, wenn auch ihr geht. Das ist das Beste. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, ihr habt recht. Sehr schön. Dann sind wir an dieser Stelle aber schon wieder durch. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.